Cumuli, Cumuli gibt es schon lang und hier habe ich eine schlanke Cumuli 4170 in Dickläder 35 Mariposa. Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen jetzt live, wie die Funktion funktioniert, was ich von dem Stück halte, sage ich Ihnen auch und was vielleicht besser gemacht werden kann. Drei Kippschalter zwischen Sitz und Rücken, da muss ich quasi schon lernen, wie das funktioniert, weil ich sehe die Schalter nicht. Mit der Zeit kriegt man es raus, aber gewöhnungsbedürftig. Der hinterste Kippschalter ist für die Höhe des Rückens, also das ist höhenbedingt abhängig von ihrer Größe, der mittlere, sehen Sie, jetzt habe ich schon den falschen gedruckt, der mittlere für den Rücken und der vordere dann für die Zunge, dann geht die Zunge rein. Das größere Sofa ist fest, hier kann ich dann nur den Rücken verstellen, das zeige ich Ihnen auch, da kann ich den Rücken in der Höhe verstellen und in der Neigung und habe damit auch einen Hochlehnkomfort. Der Sitz ist sehr gut, ein Sitz, der nicht so tief ist, also richtig eine Sitzgarnitur, keine Launching-Garnitur und ich kann auf dem Dreier auch wunderbar liegen. Der Zweier hat die Komfortfunktion, Vollfunktion, dreimotorisch je Sitz, braucht aber Platz nach hinten, kein Wall-Free-Beschlag. Die Garnitur ist sehr elegant mit dieser schmalen Armwände, finde ich gut. Was ich kritisieren kann, ist einfach, sind die Kippschalter, weil man mit einer Fernbedienung ist man, oder mit einer festen Bedienung ist man besser dran, wenn man sieht, hier muss ich einfach üben, ich kann es inzwischen, bis ich weiß, wo ich drauf drücken muss. Und ich kann eigentlich auch immer bloß eine Funktion machen, ich habe ja schließlich keine drei Hände auf einer Seite. So, so sieht das Ding aus, wenn es zusammen ist, natürlich rundum bezogen, schöne Garnitur für Leute, die gerne gut sitzen und auch mal die Beine hochlegen und auf dem Dreier sich auch mal langlegen wollen. Cumuli ist eine der ältesten Serien, die Technik ist ausgereift, das kann ich Ihnen versprechen und hier können Sie die Rückenneigung auch noch kippen und damit haben Sie einen individuellen Hochlegen-Komfort, so nenne ich es mal. Wir verkaufen jetzt beide im Set für einen kleinen Preis, schauen Sie bei uns auf profischnapp.de, was der Preis ist. Das Modell heißt, ich hole mir das nur kurz her, 41,70, ich glaube 4.444 Euro oder 4.94 Euro, schauen Sie es nach, plus Versandkosten, das ist viel, viel weniger, wie Sie bezahlen, wenn Sie das neu kaufen würden. profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Marken, so fast sagt Danke, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal, Ihr Nutz Reinhardt von profischnapp.de. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.